Der Schlagerspaß mit Andi Borg wird zum Sommerspaß mit Andi Borg. Dieses Mal live unter freiem Himmel und mit zahlreichen Gästen. Am 29. Juli steigt die Open-Air-Sendung im Europa-Park in Rust. Bei den Temperaturen verlässt Andi Borg seine Weinstube und freut sich auf den Wechsel der Location. Nicht nur das, sondern auch, dass die Sonderausgabe live übertragen wird und eine halbe Stunde länger geht als bisher. Bei diesen Neuigkeiten schlägt das Schlagerherz bei vielen Fans natürlich höher. Wer sich noch kein Ticket gekauft hat, sollte das schnellstmöglich tun, denn es werden wieder tolle Gäste erwartet. Mit dabei sind Moderator Stefan Ross, Semino Rossi, Ramon Rosselli, das Duo Fantasy, Chris Andres, Truckstop, Sigrid und Marina, die junge Sängerin Luna Klee, Rosana Roci, die jungen Zillertaler, Jauchzer und die Stadtkapelle Offenburg. Die Sonderausgabe wird am 29. Juli ab 20.15 Uhr im SWR sowie parallel im MDR ausgestrahlt. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr live vor Ort sein werdet oder lieber gemütlich auf der Couch die Sendung anschaut. Die Sonderausgabe wird am 29. Juli ab 20. 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 Juli ab 20.